Wem ist dieses Grund? Oh mein Gott, das sieht ja richtig geil aus. Oh Herrlöchen, wie können wir das so richtig sein bei diesem Bad? Von glänzenden Blättern. Was war das denn gerade? Glänzende Blätter. Entweder sind das glänzende Blätter, sie sind voll cool und so. Oder ich bin gerade auf Drogen in Minecraft. Ich glaube, ich bin auf Drogen. Was hat denn das sein sollen? Keine Ahnung, irgend so ein Schlecki-Schlecki. Schleck den Burger, yeah. Okay, ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier. Sorry, warte mal. Ich hatte das Mikrofon ein bisschen verschoben, damit ich nicht so nach vorne beugen muss, meinen Hals und meinen Hintern und meinen Rücken und so. Naja, wir bauen genau dieses Teil hier ab und das geht eigentlich ganz schnell. Und warum geht das so schnell? Weil wir ganz cool sind. Genau. Und warum bauen wir das ab? Weil wir es können. Und warum können wir es? Weil wir es können, dass wir es können. Und warum... Sag ich so eine Scheiße? Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Warum habe ich so viel Erde? Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Oh mein Gott, egal. Na ja, eigentlich müsste ich für die Schularbeiten, aber ist mir scheißegal. Jetzt muss ich aufnehmen. Weil ich gerade Zeit habe. Und Lust. Und ich cool bin. So. Naja, egal. So, übrigens, eine kleine Information. Ich versuche gerade, da ich ja ein neues Tablet habe, versuche ich gerade ein paar Sachen, also, ähm, ähm, naja, naja, naja. Ähm, eine App runterzuladen. Das ist eine App, eine Art von App. Und zwar ist das ein Screen Recorder für Android. Und, ähm, warum das, weil ich möchte... Hä? Egal. weil ich möchte hilfreich an der nachricht bekommen was okay egal das ist gerade ein freund von mir der hat mir geschrieben etwas ob ich gerade aufnehmen bin ob oder ob ich kurz mein kopf kann kommen kann nein ich bin aufnehmen am aufnehmen in drei vier wochen weißt du das dann auch warum im fleisch erfolgen keine ahnung ich nehme das vor allem drei vier wochen im voraus auf natürlich ja genau so ja genau ja genau was ich sagen ich habe keine ahnung was wollte ich gar nicht sagen eigentlich gar nicht sagen was wollte ich gerade sagen heute ich vergesse solche sachen immer wieder und immer wieder und ich schäme mich so holz ein schönes material dieses material kann hart sein wenn es trocken ist wenn es nass oder feucht ist was es von wasser beziehungsweise regen oder von schnee beziehungsweise schnee werden kann dann ist es norsch und wird weicher und somit können auch ganze bäume beziehungsweise äste beziehungsweise andere sachen die ein baum hat wirklich sich beugen und somit können bäume leichter zum krachen gebracht werden heißt wenn wenn wind und regen gleichzeitig herrscht oder so weiter ist die wahrscheinlichkeit größer dass ein baum umfällt das ist die definition von holz gemacht von sir siros und ich habe gerade einen riesigen hässlichen leuchtenden fleck in meiner fresse was ist das keine ahnung könnt ihr mir das bitte in die kommentare schreiben danke keine ahnung ob ich das schon gemacht habe da ich das video schon im voraus ein bisschen aufnehmen bevor ich den ersten part hochgeladen habe danke für ihre verständnis so jetzt können wir weitermachen und wir haben pumpkins gefunden oh mein gott wir erreichen so viel wir finden das und im nächsten moment finden wir das andere und soweit wir das andere finden kann ich mich nicht versteuern warum nicht hallo jetzt ich kann nur noch springen ok dann machen wir das hatte einfach so mit der sprint taste warum nicht mache ich doch gerne what the fuck warum kann ich nicht mehr springen hallo 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 jetzt kann ich wieder laufen gut so egal ähm hörst du mal auf die ganze zeit so dumm rumzuspacken dankeschön egal ich finde das sowieso ein bisschen seltsam dass mit dem sprinten hier mit dieser taste das werde ich wohl nie brauchen naja ansonsten wie sagen wir gehen wir zurück oder versuchen das ganze zumindest das ist ja unser das klingt schon ein bisschen seltsam aber ich check nicht was diese seltsamen lichter da sind das will ich jetzt wirklich mal haben in diesen dingen weil man kann ja das ganze ein bisschen überdecken das wäre vielleicht ziemlich cool wenn nicht andere schon das ganze erkunden würden aber ich muss mir das irgendwie merken können wie machen wir das denn? machen wir einen penis aus erde? oder sowat? machen wir sowat machen wir sowat ich bin hero brian und baue pyramidchen und setze ein mhm ein Zuckerrohr neben Gras auf Gras und werfe mein Buch weg warum auch immer so naja ähm ich glaube ich habe schon genug rumgelabert ich versuche irgendwie den Rückweg wieder zu finden und dann dann werden wir uns an die Arbeit machen und versuchen nicht wie in den letzten Blog Network Parts die gekommen sind ähm so lange zu brauchen um ein kleines Häuschen zu machen beziehungsweise wir versuchen mal schon in den ersten paar Parts ein Häuschen zu besitzen tada so jetzt haben wir es ähm naja das einzige Problem warte mal ist das da unten das einzige Problem ist dass ich nicht gerade weiß wo ne wo 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 die Grundstücke sind und wo ich doch hier ist es na weißt du das ist nicht meins hä wem ist es dieses warte warte wem ist dieses Grund oh mein Gott das sieht ja richtig geil aus dieses Grundstück wollte ich sagen oh mein Gott das sieht ja richtig geil aus warum es ja so lauter cobblestone und mossystone und alles das mögliche Hä what the fuck das würde ich einfach wirklich wissen ich habe ich habe keine Ahnung warum hier koppelt oh Leute ihr könnt mir doch so viele Sachen schreiben bitte schreibt mir einfach was ich zuerst tun soll was kann man mit Magie machen weil das weiß ich wirklich nicht ich werde jetzt einfach ein bisschen so normal Minecraft mäßig irgendwas machen und versuchen irgendwelche Informationen zu bekommen aus irgendwelchen anderen YouTubern zum Beispiel der äh der Leadprogramm oder andere was ist eigentlich das hier andere der da unten ist ja auch einmal der k warte mal k kann das sein ich weiß es nicht mehr genau tut mir leid Leute ich würde es sagen sobald ich es wirklich weiß ich werde es wirklich keine seltsamen Informationen abgeben die nicht stimmen was ist das hier oben oh cool oh Wasserkristall ist ja richtig geil was ist denn das jetzt welche Sachen habe ich ja noch nie gesehen hm aber es ist cool ich habe keine Ahnung was es ist aber es ist cool äh äh ich weiß nicht ob man das überhaupt drauf aber ich glaube mal schon äh sonst schäme ich mich und irgendwas sehe ich da oben so ein Viereckchen also in der Minimap so ein Viereckchen ich weiß halt nicht was das ist aber ich würde es gerne wissen ich werde irgendwie ein paar Sachen erkunden neue Sachen erkunden es ist eigentlich auch nur ein Baum sieht so aus irgendwie ich kann es nicht so gut erkennen warte mal oh was ist denn das hä was ist jetzt das warum gibt es jetzt diese Sachen hier hä ja ist das jetzt von das ist nur ein Baum oder das ist nur ein Baum ok das ist nur ein Baum was ist das das werde ich jetzt wissen das werde ich jetzt auch ausfinden das ist einfach die Abgrenzung der Stadt kann sein könnte kommen doch aber ich will jetzt wissen was das ist das werde ich jetzt ach so das ok das sind diese Krauch Partikel von diesen seltsamen Eingängen bei bei den Technikern cool es gibt glaube ich noch keinen einzigen Techniker wenn ihr Interesse hättet könntet ihr der erste Techniker sein glaube ich jetzt mal hier wohnt nobody also das hier ist es das sieht schon ein bisschen übertrieben aus Hallo Angry Zombie hier ist es egal ich schaue nicht in fremde Truhen und sowas so perfekt dann ist das eigentlich immer noch hey ist es repariert das habe ich Bock gemacht habe ich es repariert oh mein Gott nicht schlecht das habe ich gar nicht bemerkt diesmal mache ich aber mehr Attention so mache ich mehr Achtung Hä ach so cool das hat er vielleicht gemacht gerade vorhin irgendwann endlich weg war und dann hat er ach hier ist noch die braune Board Total Server Regeln Events und Trevenants werden hier angekündigt nächste Challenge 14.2 Alter ist der 13 oh mein Gott ich muss morgen aufnehmen hui nächstes Event Challenge ich weiß nicht was damit gemeint ist aber naja wir werden es rausfinden und ich würde sagen im nächsten Part versuchen wir vielleicht ein bisschen warte mal wie viel Holz haben wir denn eigentlich hä wirst du mich verarschen wir haben fast kein Holz what the fuck ok im nächsten Part werden wir wahrscheinlich doch nicht ein Haus bauen versuchen Dingsn scheißen sondern ähm 400p ich wusste es hahaha gut so ähm wir werden vielleicht versuchen ein bisschen mehr Holz zu kriegen tadaaa Plan so ansonsten wir sagen ähm wenn ihr mir helfen könntet vor allem bei diesen Dingern was das sind und so würde ich mich freuen bis dann schönen bis dann tschau weiii bis dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020